Liebe Schwestern, liebe Brüder, eigenartig ist das schon, dass wir immer früher anfangen und den Advent immer stärker ausdehnen und dennoch, ich kann mich das Gefühl nicht erwehren, dass Weihnachten auf der anderen Seite immer kleiner wird. Am Stephanitag ist heutzutage Weihnachten für viele schon zu Ende. Und es ist kein Geheimnis, dass viele Geschäfte bereits am Abend des 23. Dezember die Weihnachtsartikel abräumen und sich auf das nächste Ereignis vorbereiten. Die Zeit der Vorbereitung wird also immer länger, das Fest selber. Es scheint mir mancherorts bereits vorbei, schon bevor es begonnen hat. Eigentlich ist es auch gar nicht verwunderlich, dass es nichts mehr zu feiern gibt, wenn vor lauter Rummel und Hektik das Eigentliche des Festes immer mehr erstickt wird. Können wir uns überhaupt noch freuen über das, was uns an Weihnachten berichtet wird? Haben wir uns noch irgendetwas von den großen Kinderaugen bewahrt, die uns einst dieses Fest so einzigartig aus dem ganzen Jahresablauf herausgehoben haben? Kommen wir überhaupt noch dazu, in die alten Träume des Weihnachtsfestes zu versinken? Unsere Krippen aber, unsere Tangenbäume und all die Geschenke, sie bleiben hohl und leer, ohne innere Ergriffenheit. Weihnachten zu feiern, das heißt zuerst wieder Staunen zu lernen. Staunen über einen Gott, der sich um uns Menschen sorgt. Über einen Gott, der uns Menschen bis hin zur Menschwerdung nachgeht, der uns Menschen ganz nahe kommt und uns durch Christus zeigt, dass er uns Menschen auch immer ganz nahe ist und bleibt, auch bei persönlichen Schicksalsschlägen, auch wenn es in unseren Herzen dunkel geworden ist. Weihnachten zu feiern heißt, sich von diesem Gott aufs Neue ansprechen zu lassen, berühren zu lassen und zu fühlen, was das für mich bedeutet. Und dann wieder wie ein Kind darüber staunen zu können, mit ganz großen Augen und offenem Mund über das Wunder der Weihnacht, dem Wunder der Liebe Gottes zu uns Menschen. Und das gilt es zu begreifen, mit unserem ganzen Herzen. Und wenn wir das wieder lernen könnten, würden wir wieder anfangen, im eigentlichen Sinn, Weihnachten zu feiern.